Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder Wallheim und Darko hat sich auch gerade entmutet. Na dann. Geht da ab. Der ist noch heile oder? Keine Ahnung. Ich hab meinen Hammer in der Base gelassen. Wo ist der Einsatz, Karin? Da drinne? Hol. Komm erst mal mit. Mal gucken, ob deiner das überhaupt überlebt bis dahin. Warum sollte er nicht? Weil er bei jedem Scheißding Schaden kriegt. Muss halt so blöde sein und übergegenfahren. Aber runter wird dann schlimm. Ja, weil der löst sich dann auch gerne von dir und rollt alleine weg. Oder überschlägt sich ein paar Mal. So, ähm. Darko. Da oben auf dem Berg ist das erste Vorkommen. Das heißt, wir müssen den Wagen jetzt hier abstellen und da hoch. Aber mach dir nichts draus. Du kannst dich überladen und dann hier runterrutschen den Berg. Hab ich schon getestet. Stell bitte so ab, dass er nicht runterkullert. Also so irgendwo am Stein. Na dann. Ich komm gleich. Nein, scheiße. Äh. Ich erfriere hier schon. Ja, und ich hab nicht von IQ die Dings ausgerüstet. Scheiße. Die hab ich zwar ausgerüstet, aber hab ich noch nicht verwendet. Nee, ich hab noch den Knochenwanz. Yay! Nein! Äh. Beschreib mal, wohin er mich muss. Äh, du bist gleich da. Die Wünschelroute müsste dir das anzeigen. Ich hab das Ocean, äh, freigelegt, das dort oben, wo du bist. Wie sehe ich, ob die mir das zeigt? Ähm, mittig auf dem Bildschirm taucht dann so eine Art, ja, blaue Streifchen auf, die vom Mittelpunkt nach außen gehen und es gibt einen, äh, Ton. Okay, nö, das bist du ja nicht. Gehen wir noch ein Stück vorwärts auf den Berg? Ah, jetzt, ja. Ich seh's auf der Minimap. Ich seh's auf der Minimap. Ah, und rechts, dann irgendwo. Zeig mir die Wünschelroute. Oh, oh. Äh, du, 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 so. Kommst du? Ja, ja, ich bin gleich oben, ich muss erst Ausdauer raggen. Ich dully, äh, Ausdauertrank war der gelbe. Da, mitten unter dem großen Stein, Silbererz. Echt jetzt, du fühlst mich wegen dem winzigen Dingsbums da? Äh, Darko? Das ist alles unterirdisch. Ach so. Guck an, wie groß das hier ist. Und das ist dann bei jedem Silbererz so. Ja. Das war's für heute. Das wird Spaß werden. Warum nicht? Je größer das Vorkommen ist, desto weniger ein bisschen befinden. Ich bin jetzt schon überladen mit 15 Stück. Ich noch nicht, ich habe hier aber auch... Ja, vor allem wir müssen dann hier auch noch raushucken. Okay, das kannst du ja so machen, du kannst die Teile einfach alle rausschmeißen und wenn du halt dann selbst ausklärt hast und wieder alle aufnimmst. Ja, mal gucken, wie man das hier macht am besten dann. Ich kann schon wieder überladen. Kann es sein, dass die auch mehr wiegen als Eisen oder Kupfer? Ähm... Da habe ich gar nicht drauf geachtet bisher. Ja, gefühlt kann ich weniger tragen als sonst. Also, bei mir ist das Maximum 14. Ähm... Ja... 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 Einmal drehen... Ich sag mal, so viel brauchen wir von dem sowieso nicht. Jetzt kann der Rüstung gut. Du brauchst noch 20 Stück für die Wolfsbeinschützer. Für die Brustplatte brauchst du Bronze. Für den Drachenhelm brauchst du 20 und für das Schwert brauchst du knappe 20. Und das Schild halt noch, was es gibt. Und das Schwert. Hab ich schon gesagt. Achso. Das da raus, kurz Ausdauerracken. Weil ich hab grad mitbekommen, dass die Steine auch, die Steine, die bei mir waren, sind nämlich grad despawned. Ich hab sowieso einen kleinen Spieler Bug grad entdeckt. Bei mir steht nämlich zu dem Erz Silver Vein, also Silber Erz auf Englisch. Aber wenn ich's abbaue, ist es wieder Silber Erz auf Deutsch. Ja, ich versuch mal hier so ein kleinen Aufgang zu bauen. So, ich schmeiß meinen Sahn einmal raus. Das müsste, das reicht hinten und vorne, nicht der Aufgang. Ah, Silber, Silber, Silber. Dort ist alles Stein, dort ist Stein. Da oben war noch Silber, Silber, Silber. Nee, alles Stein. Ich hab 25 Erz dabei. Nö, ich nur 20. Du, 20 ist, ich 25 immer bei 45. Ja, also mit drei Vorkommen haben wir ausgesorgt. Und mir wird schon wieder das nächste angezeigt, oder ein Schatz? Nee, ich glaub, das ist das nächste Silber Erz. Die Wünsche untersteckt hier oben halt einfach nochmal aus. Aber bergrunter geht's eigentlich recht easy mit dem Erz. Obwohl, ich musste es einmal rauswerfen. Und halt wieder aufladen, um zu regenerieren. Aber sonst? Na, okay, ich muss es, weil ich hier festhängen, auch immer rauswerfen. Ey! Achtung, Silber Erz, kullert runter! Wo ist das hin? Geradeaus von mir gesehen. Ach da. Das ist so weggeschossen bei mir. Oh, das ist ein Berserker. Ich schütze mich mal von einem Berserker. Ich kann nichts machen. Dann werden wir jetzt mit dem und das, was wir schon in der Kiste haben, erstmal hin mit dackeln, weil das Boot ist jetzt so voll. Ach und das hier? Ich weiß, ich weiß nicht, ob du siehst, das ist das Silberschild. Ja, ich seh's. Und wo ist mein's? In Arbeit. Produktion dauert einen Monat. Dann noch die Lieferkosten, Lieferzeit 30 Tage. So 15 bis 30 Tage. Kostenpunkt... Ich klopke dich gleich. Kostenpunkt 60 Silber Erz. Okay, mach ich 10 plus. Ist ein Deal. Weil ich 30 mit hab, darum. Plus das, was hier drin ist. Äh. Hast du gerade was gehauen? Ne, hier haut irgendwo was gegen... Hä? Ach, hallo Mr. Skelett. Ausstümlich einfach du Arsch. Äh... Wie verhältst du einen Sackkarren aus? Äh... Nicht viel auf jeden Fall. Ach du Scheiße, was hast du denn da alles noch drin? Oh, ist das Boot noch voll? Kiefernzapfen, Edelholz, normales Holz. Ach, wegschmeißen. Und halt der Hammer, aber das ist normal. Ja, das ist ein Level 1 Hammer, den können wir auch wegschmeißen und uns neu holen. Wir haben ja hier in den Kisten auch noch einen drin. Warum? Den würde ich einfach in dem Metall behalten, ganz normal. Oder so. Oh, ich bring die letzten 60. Die anderen habe ich ins Dings rein gemacht, in den Anhänger. Ja, habe ich gesehen. Also bis zum Wagen schaffe ich es noch. Ja, bis zum Wagen habe ich es geschafft. Wie viel haben wir denn? 30, 60... Ja? Und ich habe noch 3 im Inventar. Ja. Ich gehe durchs Portal. Äh, de... Ja. So. Obwohl, ich versuche erstmal den Wagen hier rauszukriegen. Okay, hat sich erledigt. Heute ist ja die Folge gekommen, wo ich glaube ein Lox getötet... Nee, gestern kam die mit dem Lox. Lox ist mein Bison, oder was? Nee, Lox ist nicht leicht zu killen. Nein, Lox ist mein Bison. Den ich immer Bison nenne, oder? Nee, ich habe mich gerade mal kurz ins Bett gelegt, da ich mich ausgeruht bin. Und was bringt das eigentlich? Schnellere Regeneration vor den Ausdauern? Äh, ja, auch. Aber nass bin ich ja auch. Ach nee, überladen. Wie sieht es aus? Mit Folge 100 nochmal alle Bosse. Und so. Vor allem den Knochenwurmst. Näääää. Obwohl, ganz ehrlich. Dann haben wir ja die overpowered Rüstung schlechthin. Es muss nicht sein. Ah, okay. Das und das. Wie viel brauchte man da für Beinschützer? Hä? 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 Wie hart habe ich mich denn bitteschön verguckt? Hä? Hä? Wir brauchen doch für den Brustschutz vom Wolf Silber. Hä? Hä? Was hatte ich denn da vorhin angekriegt? Wiegen Bronze? Ach, ich war nach oben. Da leckt mich doch am Arsch. Okay, wir brauchen 2, 4, 6, 68 plus das Schwert. Das Schwert braucht im Übrigen 40. Wir brauchen 108 nur für eine Person zum Herstellen. Ja. Das geht aber trotzdem nur noch, wenn du bedenkst. Das ist alles nur Stufe 1 dann für eine Person. Das heißt, wenn wir jedem ein Schild, den Helm, Brustplatte, Beine und Schwert machen, das sind schon 116 und dann musst du aufwerten. Und wenn du schon 40 Silber für das Schwert zum Herstellen brauchst, wie viel brauchst du denn dann zum Aufwerten? Boah, es ist bestimmt schon wieder 15 Stück alleine dafür. Ja, gut, stimmt auch. Oh Gott, alles nicht so einfach hier. Aber andererseits ist dieses Vorkommen auch riesig da. Und ich habe noch 3 weitere. Vielleicht auch 4. Naja, okay. Das ist eh ein Ding dort auf dem Weg hoch zu, was noch angezeigt wurde. Gibt es ein Wildschwein eigentlich? Felder sind abgeerntet, das ist schon mal gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schweinehammer, ne, 10 Hammer. Die 3 Wölfe, die hier draußen immer noch rumpümmeln, pümmeln rum. Und die Wölfe, die eingesperrt sind, sind eingesperrt. Ja. Ich denke mal, wenn das Projekt irgendwann ein Ende findet, dann lasse ich alle Wölfe mal gegen einen bestimmten Boss kämpfen. Einfach mal so, just for fun. Dann aber ein leichter was wie IQ oder so. Ja, ja, einer, der gleich in der Nähe ist. Knochen war es halt hinten nicht. Und in der Nähe ist halt nur der Uralte und IQ. Aber da würde ich eher IQ nehmen, weil da haben wir direkt neben der Base ein Beschwörungsteil. Fressen, fressen, fräsen. Das... Oh, fertig mit fermentieren. Okay. Ich bin halt am überlegen, ob ich bei der Axt bleibe, bei der Keule, also Eisenachs, Eisenkeule oder ob ich auf das Silberschwert gehe. Bei mir ist die Antwort nicht schwer, weil ich sowieso mit Schwertschart immer gekämpft habe. Aber keine Ahnung, das musst du mir überlegen. 40 Silber ist schon ganz schön... Ja. Ey, dieser Wind will mich echt mobben. Ach, ich weiß, wo ein Drachenei ist. Wir könnten den Drachenboss und so... Erst mit Silberrüstung. Es gibt keine Silberrüstung. Das ist die Wolfsrüstung. Das ist eine Schnuppe, dafür braucht man Silber. Also heißt sie für mich Silberrüstung. Nee. Die heißt so, wie es da steht. So, und du brauchst nämlich auch Wolfsleder dafür. Und jetzt wollen wir mal gucken. Rüstung 20 und unsere hat Rüstung 18. Naja, 2 Rüstungspunkte mehr. Wow. Resistenz gegen Eis. Gibt dir Bewegungstempo minus 10% komplett. Und der jetzige gibt uns wieviel Prozent? Och, minus 10% komplett. Instandsetzung Level 2 ist gleich. Du, ganz ehrlich, Eisenrüstung noch eben aufgewertet hat. Hast du den gleichen Schutz wie Wolfsbrustschutz? Ja, eben Stufe 1 und den kannst du ja auch aufwerten. Achso, und im Übrigen, die braucht Ketten. Und die Ketten finden, oder Wolfszahnen. Ketten finden wir zum Beispiel nur im Sumpf. Ja, und? Da hat sich Spaß beim Suchen. Wir haben doch mehr als genug Krypten noch. Die findest du nicht schon in Krypten? Ja, nicht nur, aber dort findet man sie auf jeden Fall. Meine macht jetzt nicht... Also meine Eisenachs macht Schlitzen 70. Das Schwert macht Schlitzen 75. Geist 30, 8 bis 16. Ja, okay, du kannst mit dem Schwert nicht blocken. Das hat keinen Blockwert. Mit der Eisenachs kannst du blocken. Okay, also mein Streitkolb macht 73, Stufe 3. Wenn ich den jetzt noch eben aufwärte, dann macht der genauso viel wie ein Stufe 1-Schwert. Das Überschwert. Bloß, dass ich nicht Schlitzen-Schaden mache, sondern Haus-Schaden 73, in Klammern 36 bis 58. Silberschwert, Schlitzen 75, in Klammern 19 bis 41. Ich bleib bei meinem Kolben. Ich bleib bei meinem... Okay, der macht 79 Damage. Hast du den aufgewertet? Damit ich mir... Damit ich keine 40 Silber für den Schwert verballere. Da habe ich lieber 30 Eisen genommen. Also 5 Punkte. Was hatte ich gesagt? Vorher waren es 43... Ja, 43, jetzt 49. Es sind 6 Punkte dazugekommen. Ja... Das lohnt sich. Das lohnt sich allemal. Gut, dann werde ich jetzt die Folge hier gleich erst einmal beenden. Vorher haue ich noch die Kohle meiner an. Denn wir brauchen wieder Kohle. Ich glaube davon vier Stück wären echt geil. Wie viel Holz muss ich erst einmal bestochen? Wir haben zwei volle Kisten. Du weißt wie schnell die leer sind. Und die dritte Kiste ist etwas über die Hälfte voll. So, gut, dann einmal ab ins Haus. Folge beenden. Ähm, ja. Einmal schön hinsetzen, genau. Ich mirte mich kurz. So, das war's. Wir haben einen Kopf aufgesammelt. Ähm, ich habe mir jetzt einfach mal, just for fun, mein Ding noch weiter aufgewertet. Und meine Keule, weil Baum und so. Ne, weil es muss einfach sein. Ich will nicht auf ein Schwert gehen. Ich will bei Keule und Axt bleiben. Und wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, auch wenn wir nicht viel gemacht haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algort. Du hast Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bleibt entspannt nächsten Tag. Bye, bye.